Mit dem Glück ist es eine seltsame Sache. Da ist zum Beispiel Bartholomew Neal. Der ist schon 39 und wohnt immer noch bei seiner Mutter. Und er hatte noch nie eine Verabredung mit einem Mädchen. Also nicht unbedingt der klassische Glückspilz. Und dann stirbt plötzlich auch noch seine Mutter und er muss nun alleine zurechtkommen. Naja, nicht ganz alleine. Ein paar Menschen gibt es, die sind ein bisschen wie er. Die haben im Leben auch noch nie richtig Glück gehabt. Und weil sie alle sowieso gerade nichts Besseres zu tun haben, machen sie sich zusammen auf den Weg, um das Glück zu suchen. Und das wird eine sehr ungewöhnliche Reise. Denn mit dem Glück ist es eine seltsame Sache. Es ist nicht immer da, aber es ist auch nie ganz weg. Und manchmal muss man eben ein bisschen länger suchen, bis man es findet. Die Sache mit dem Glück. Der neue Roman von Matthew Quick. Jetzt als Buch und als Hörbuch. 3 4 3 4 Untertitelung. BR 2018